Die Firma Tenor Holding von Lars Windhorst, dem Hauptinvestor des IME-Zentrums, soll insolvent sein. Die Linke Ratsfraktion befürchtet, dass diese Insolvenz Aussetzung von Investitionen am IME-Zentrum bedeuten kann. Dirk Machentanz, Fraktionsvorsitzender der Linken in Hannover, ist heute bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Machentanz. Guten Tag. Sie sind Baupolitiker. Was steckt denn hinter der Insolvenz der Tenor Holding? Naja, also laut Lars Windhorst ist es ja nur ein Versehen, an das man aber natürlich nicht glauben kann. Also die haben sich mit einem Gläubiger, wo sie nicht bezahlt haben, angeblich geeinigt. Aber die Meldungen sind jetzt zwei Wochen her und es gibt jetzt keine Gegendarstellung, dass es sich nur ein Versehen handelt. Also kann man wohl davon ausgehen, dass die Tenor Holding pleite ist oder insolvent ist zumindest. Und was hat das IME-Zentrum aufgrund dieser Insolvenz zu befürchten? Naja, also die Tenor Holding ist ja auch im IME-Zentrum oder Lars Windhorst mit seinem gesamten Imperium im IME-Zentrum engagiert. Und es gibt ja jetzt an verschiedenen Stellen des Imperiums von Lars Windhorst Probleme. Also diese Fondsverwaltung Evergreen ist schon im August von der BaFin beobachtet worden. Und da müsste jetzt eigentlich die Stadt mal aufpassen, ob Lars Windhorst mit seinen ganzen Unternehmungen überhaupt noch solvent ist. Und die Stadt hatte ja die Chance, die Konventionalstrafe oder die Strafzahlung am 30.06., weil da die Fassade nicht zu 70 Prozent fertig war, einzukassieren. Das hat die Stadt ja leider nicht gemacht. Da hätte man dann gemerkt, ob Lars Windhorst und seine Unternehmungen noch solvent sind. Eigentlich ist ja nicht Lars Windhorst an sich insolvent, sondern die Tenor GmbH. Warum befürchten Sie denn jetzt, dass das in einem größeren Zusammenhang steht? Naja, also wir haben ja immer beim IME-Zentrum beobachtet, dass man den Weg der Investoren gar nicht richtig nachvollziehen kann, weil es sich um Unternehmensbeteiligung im Ausland handelt. Das ist jetzt bei Lars Windhorst sein Beteiligung, also vermutlich Lars Windhorst sein Beteiligung. Zumindest hat er ja erklärt, dass er da der Investor ist. Hängt dann natürlich auch alles mit zusammen. Also es gab Zahlungsschwierigkeiten bei Hertha BSC, wo er dabei ist. Sein Fonds hat auch sehr stark Werften gekauft, wo sich mir das Modell, dass man damit Geld machen kann, nicht so ganz erschließt. Also es kann ja höchstens sein, dass er sie sehr billig gekauft hat und das dann noch einen Gewinn gibt. Aber die Stadt müsste jetzt sehr genau gucken, ob sie es mit einer solventen Firma zu tun hat. Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt einen Plan, was mit dem IME-Zentrum passieren soll, erstmal bis 2023, ein Sanierungsplan. Was stehen denn für Arbeiten in den nächsten zwei Jahren an? Naja, also bis Mitte nächsten Jahres soll ja dann jetzt nun wirklich die Fassade auch, soll die Fassade eigentlich ganz geschlossen sein. Jetzt gibt es noch ein Jahr länger Zeit, dafür die Fassade zu 70 Prozent schließen. Also viel mehr ist das auch noch gar nicht. Also es ist bis jetzt nur die Fassadensanierung und die dauert ja schon immer länger als vereinbart. Und jetzt hat man ja, anstatt dann die Verträge zu kündigen, einfach gesagt, nee, wir machen jetzt einen neuen Vertrag. Und dann gibt es auch noch so etwas Tolles wie Baustellenbesichtigung, was ich ja schön finde. Also weil wer öfter am IME-Zentrum vorbeifährt, sieht ja, dass sich da wenig tut, außer dass ein paar Planen ihren Standort ändern. Und dann sind Baustellenbesichtigungen natürlich was Schönes. Aber wenn man auf eine Strafzahlung von 2,4 Millionen verzichtet, für acht Baustellenbesichtigungen mit 20 Leuten, also dann kann man ja sagen, diese Baustellenbesichtigungen sind wesentlich höher subventioniert als ein Opernbesuch zum Beispiel. Dann ist ja immer die Frage, ob man das Geld sinnvoll einsetzt. Das wäre auch meine nächste Frage. Wie kann man denn sicher gehen, dass das mit dem IME-Zentrum vorangeht? Also Sie haben gerade gesagt, die Baustellenbesichtigungen, die anscheinend sehr teuren Baustellenbesichtigungen und Strafzahlungen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Oder was unternimmt die Stadt? Naja, also die Stadt unternimmt ja zu wenig, sonst würden wir ja auch nicht klagen. Also wir haben das jetzt ja schon über Jahre hinweg, haben wir eigentlich schon seit 2000 das, was da am IME-Zentrum mit den Investoren passiert, kritisiert. Und auch gesagt, dass die Investoren nicht stark genug kontrolliert werden. Und das wäre jetzt eigentlich auch unsere Forderung, dass die Stadt jetzt auch sich die Mühe macht, mal zu wühlen, auch mit der BaFin zu reden, mit Leuten, die sich da auskennen. Wie ist denn überhaupt die Finanzsituation von Lars-Wendhorst? Also wenn wir jetzt sowieso wissen, er macht jetzt noch zwei Jahre, spielt er hier Baustelle und ist aber eigentlich pleite. Also wenn wir schon wissen, dass da nichts bei rumkommt, dann ist es ja besser, jetzt eine neue Planung zu machen als in anderthalb Jahren. Dann danke ich Ihnen, Herr Machentanz, für die Informationen und Ihre Einschätzung, was das IME-Zentrum angeht. Ich bedanke mich.